Hanna bettelt mich die ganze Zeit an ihr auf meinem Server, Leute, und wir reden jetzt einfach mal mit ihr. Ein wunderschön. Hanna, du willst die ganze Zeit eine OP-Spitzhacke haben. Du weißt, dass ich hier nichts droppe. Du musst schon farm gehen, Hanna. Also, wenn du mir die Spitzhacke gibst, dann kriegst du ein Foto von mir und nicht nur irgendein Foto. Ein Foto? Und wie willst du mir das Foto schicken? Hast du Snapchat? Ja, okay, aber dann schick erst das Foto. Okay, ich mach dir ein Foto. Okay, warte, ich schick dir mein Snapchat. Ich hab dir eine Anfrage geschickt, Süßer. Ja, okay, ich hab mal angenommen. Schickst du? Warte, ich mache eins. Eine Minute, 37 Sekunden später. Süßer, ich hab dir das Bild geschickt. Tatsache. Abonniert jetzt diesen Channel, wenn ihr das Bild sehen wollt.